Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Bildschirmschoner. Ich bin ein großer Fan einer ganz bestimmten Uhrenart. Bei einem großen Hersteller gibt es diese Uhr auch für sehr viel Geld zu kaufen, für die Wand, für den Schreibtisch oder auch fürs Handgelenk. Ich mochte das aber schon immer irgendwie auf einem Bildschirm. Ich hatte früher auch schon Bildschirmschoner unter Windows, die das appliziert haben und nun konnte ich das endlich in meine Viz integrieren und habe mir das alles selber nachgebaut. Wenn hier natürlich Fehler gefunden werden, dann bitte ich euch in die Kommentare zu schreiben, was ich verbessern kann und falls es jemanden gibt, der sich in der Lage sieht, das ganze als Adapter umzusetzen, dann schreibt mich gerne an und ich stelle meine Daten gerne zur Verfügung und dann kann der Rest der Community das vielleicht als Adapter in ihre oder seine Viz integrieren. Und wie ich das jetzt für mich hier in meinem Fall realisiert habe, das zeige ich euch nun in diesem Video. Also viel Spaß und bleibt dran. Wie gewohnt zeige ich euch am Anfang erstmal die Datenpunkte, die ich angelegt habe, damit das hier funktioniert. Unter meinem User Data Ordner habe ich einen Ordner für die Viz und darunter einen Ordner für die Uhr. Die ersten drei Datenpunkte mit dem Ausrufezeichen könnt ihr ignorieren, die zeige ich euch bei einem anderen Video. Es geht jetzt erstmal um alle Datenpunkte, die mit einer Raute beginnen und die Zustände hier unten. Ich benutze überwiegend die Boolean Datenpunkte mit True oder False und wenn ein Datenpunkt auf True steht, dann wird das Bild dafür auch angezeigt. In dem Fall sehen wir hier die Neuen. Es steht auf True, also ist das Bild aktiv, Neuen auch sichtbar. Als Hintergrund habe ich ein Komplettbild genommen, damit ich die Buchstaben transparent noch sehen kann und den aktiven Zustand habe ich dann halt hell als Bild dargestellt mit einem leichten Schein nach außen. Das zeige ich euch dann im Photoshop. Und dann brauchen wir natürlich noch für die Spezialfälle die Datenpunkte wie Dreiviertel, Halb oder halt die Minutenpunkte, denn die Wortuhr funktioniert im Fünf-Minuten-Rhythmus. Das heißt, wir sehen hier vier Punkte, die für jeweils die Minuten zwischen der 0.05.10.15. und so weiter funktioniert. Jetzt hat es gerade umgeschalten. Das heißt, wir befinden uns jetzt genau um 9.30 Uhr und 9.31 Uhr wäre dieser Punkt mit aktiv und bei 9.32 Uhr dann diese beiden. Und dieser Text ändert sich dann erst wieder um 9.35 Uhr. Und dann gibt es halt noch die Variablen 5 nach, 10 nach, 20 nach oder 5 vor, 10 vor, 20 vor. Dazu gibt es dann noch den Nach- und den Vor-Datenpunkt. Und wir sprechen in unserem Raum Viertel 11 und Dreiviertel 11. In anderen Bundesländern sagt man ja Viertel vor. Das sagen wir zum Beispiel nicht. Also man müsste sich das dann umbauen, damit man das für seine Region besser darstellen kann. Wir hier in Brandenburg sagen Dreiviertel 11 oder Dreiviertel 9. Man kann die Wortuhr sicherlich auch mit Text-Widgets im Vis-Editor direkt bauen. Ich bin aber vom Beruf Grafiker. Deswegen fällt es mir leichter, das mit Bildern zu machen und die durch die Sichtbarkeit zu steuern. Und außerdem bin ich in der Lage, das besser hier auszurichten. Denn ich habe beim Nachbauen festgestellt, dass die Buchstaben 2 bis Ende zentriert senkrecht ausgerichtet sind. Und die erste Buchstabenreihe ist linksbündig ausgerichtet. Da muss ich sagen, großes Lob an den Typografen und Designer. Und ich hoffe, es wird mir nicht übel genommen, wenn ich das hier nachbaue und zeige. Jedenfalls habe ich den Weg über Photoshop gewählt. Und die Bilder werden nachher einzeln ausgeschnitten und exportiert. Und wie ich das jetzt vorbereitet habe, das zeige ich euch jetzt im Einzelnen. Damit wir überhaupt was sehen, habe ich eine schwarze Hintergrundebene hinzugefügt. Beim Export wird die aber deaktiviert, weil wir brauchen transparente Bilder, damit das alles sich schön in die Vis integriert. Und damit wir ein Format haben, habe ich jetzt hier erstmal die Größe der Uhr positioniert. Da sieht man schon die Minutenpunkte. Und ich mache mal den Hintergrund wieder an. Und für die einzelnen Minutenpunkte habe ich dann das Ganze transparenter gemacht. Die sind jetzt hier auf 20 Prozent. Und der Text dazu, der im Hintergrund ist, ist auch auf 20 Prozent. Und die aktiven Elemente sind dann mit 100 Prozent und mit einem Glow-Effekt noch hinzugefügt. Das gehen wir mal gleich durch. Jedenfalls brauchen wir ja jede Minute einen Punkt. Und in der ersten Minute kommt dieser hinzu. In der zweiten dann der. Und in der vierten der da unten. Und dann gibt es natürlich den Text nochmal, also nur den Text, den wir brauchen. Ihr seht, ein paar Buchstaben brauchen wir nicht. Das ist also der lesbare Text, den wir später einzeln exportieren in einzelne Bilder. Und damit das Ganze dann noch in meinem Fall schick aussieht, gibt es halt noch diesen Glow. Also ohne den Text sieht das dann so aus. Das ist einfach so eine Ebene drübergelegt mit einem gauschenen Weichzeichner versehen. Und dann sieht das hier so aus, als wenn das so leicht scheint. Und ihr müsst dann jedes Mal das Bild für den Zustand ausschneiden und abspeichern. Das gehen wir jetzt gleich nochmal durch. Und ihr könnt es im Vis Editor einbauen und das Skript dazu nachbauen. Nun zeige ich euch die exportierten Einzelbilder, die ihr braucht und in dem Vis Editor einbauen müsst. Es gibt bei mir zwei Hintergründe. Einmal wo man nur den Text sieht im Ganzen und dann nochmal mit einer Hintergrundfläche, damit sich meine Vis im Hintergrund mehr absetzt oder damit sich die Uhr vom Hintergrund besser absetzt. Das muss jeder für sich selber ausprobieren, wie das für sich geeignet ist, ob man das überhaupt braucht oder nicht. Ansonsten seht ihr die ganzen PNGs für die einzelnen Uhrzustände. Den Minutenpunkt braucht man natürlich nur einmal. Den positioniert man dann mehrfach. Und ansonsten seht ihr erstmal das, was ihr braucht. Es ist gar nicht so viel. Es ist halt nur eine Menge Vorbereitung. Aber wenn man das dann alles soweit fertig hat, geht das dann ganz zügig. Und diese ganzen Bilder, die ihr hier seht, die sind dann hier im Vis Editor natürlich eingebaut. Hier seht ihr, dass die dann über dem Hintergrund liegen. Also die Bilder, die ich euch gerade gezeigt habe, liegen dann pixelgenau über dem Hintergrund. Und bei den Minuten ist das genau das gleiche. Und wenn ihr das soweit vorbereitet habt, dann fehlt eigentlich nur noch das Grip. Und dann könnt ihr schon loslegen. Wir können uns vielleicht noch kurz hier drüben die Sichtbarkeitseinstellung angucken. Dieses Bild reagiert auf den Sichtbarkeitsdatenpunkt, den wir ganz am Anfang angelegt haben. Und die Quelle des Bildes ist halt das Bild, was wir hochgeladen haben. Ansonsten solltet ihr hier bei der Angabe der Größe das exakt so einstellen, wie das Bild ist. Ich habe erfahrungsgemäß festgestellt, dass das Widget immer die Originalgröße des Bildes haben möchte, damit das nicht verzerrt wird oder skaliert dargestellt wird. Und dann noch den Index beachten. Bei mir ist das jetzt schon etwas ziemlich hochgewandert, damit ich hier langsam mal meine Struktur reinbekomme. Der Hintergrund liegt auf der 800, der Text liegt auf der 801 und die ganzen einzelnen Bilder liegen auf der 802 sowie die Minutensymbole, damit sich das chronologisch aufbaut. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Script. Kommen wir nun zu den Scripten, die man braucht, damit die Wortuhr funktioniert. Da ich Autodiduct bin, kann das natürlich sein, dass was ich euch hier zeige, vielleicht nicht ganz korrekt ist. Also wenn da jemand draußen Fehler von mir sieht, dann bitte ab in die Kommentare, damit ich die Möglichkeit habe, das zu korrigieren. Und besonders die Vorüberlegung war recht tricky, weil ich wollte das recht einfach halten. Also habe ich mir eine Excel-Tabelle erstellt und dann erst mal die Minuten hingeschrieben, wo überhaupt was passiert. Und bei der Wortuhr passiert eigentlich alle fünf Minuten was. Und dann habe ich mal nachgeschaut, in welchen Minutenbereichen denn immer wieder kernd irgendwas als Variable dargestellt wird. Und dann habe ich halt schnell festgestellt, dass bei Sist gewisse Minuten nur nötig sind oder bei Viertel und Dreiviertel sind es halt jeweils nur 15 oder 45. Die Nachvorsteuerung habe ich mir dann nach den Minuten angeschaut. Und so sind die Scripte aufgebaut und ich hoffe, das ist der richtige Weg. Es funktioniert seit mehreren Tagen. Ich habe jetzt erst mal nichts festgestellt, was da falsch dran war. Und deswegen kann ich euch das eigentlich guten Gewissens erst mal zeigen. Ich habe mir einen Ordner erstellt mit den Scripten, die ich für die einzelne Steuerung brauche. Das erste ignorieren wir. Ansonsten gibt es bei mir ein Script für die Dreiviertel- und Viertelsteuerung. Wann ist es ist Uhr anzeigt? 15 und 20 vor und nach. Dann die Minuten, das sind die Punkte. Die Stunden, das sind die ganz normalen Zahlen, die um neun, um zehn, um zwölf oder sonst was dazukommen. Und dann natürlich noch die Komponenten vor, nach und halb. Und das geht jeweils auf die normale Stunde zurück, nach diesem Schema. Also fangen wir mit den Minuten an. Alle fünf Minuten aktualisiert er meine Minutendatenpunkte. Und wenn sich ein Minutendatenpunkt aktualisiert, dann stellt er diesen Datenpunkt auf wahr. Und das jeweils in der Verzögerung eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten und vier Minuten. Und so geht das ganz einfach von der Hand, dass sich jede Minute ein Datenpunkt dazuschaltet. Und wenn halt die fünfte Minute erreicht ist, sind alle Datenpunkte auf falsch. Und dementsprechend sieht man nur die transparente Darstellung und nicht die aktive Darstellung. Dann kommen wir zu es ist Uhr. Alle fünf Minuten aktualisiert er den es ist Datenpunkt auf wahr. Aber er prüft halt vorher die Minuten durch, die wir in der Tabelle abgelesen haben, beziehungsweise das Schema, was wir halt uns erstellt haben. Also ich möchte, dass es ist zu sehen ist bei 0, 15, 20, 30 und 45. Und wenn das halt wahr ist, dann wird der Datenpunkt auf wahr geschaltet. Und das gleiche funktioniert halt dann für die Uhr. Und das wird bei mir nur zur vollen Stunde dargestellt, wenn meine Minuten auf 0, 1, 2, 3, 4 steht. Das heißt, wenn es wirklich um 8 ist, bis 8 Uhr 4 wird Uhr dargestellt. Also es steht dann, es ist 8 Uhr hier unten. Und dieses Uhr verschwindet, sobald es 8 Uhr 5 ist und dann der nächste Textkontext kommt. Die Dreiviertel- und Viertel-Darstellung ist relativ einfach. Das heißt, alle fünf Minuten prüft er durch, ob die Minuten auf 5, 10 stehen. Und dann wird Viertel halt auf wahr gestellt. Und alle 45 Minuten passiert das Ganze mit drei Viertel. Bei 5, 10 und 20 kommt dann einfach die Minutenreihenfolge hier hinten ins Spiel. Wenn der Text mit 5 beginnen soll, das heißt, es ist 5 vor, 5 nach oder sonst was, dann guckt er natürlich hier nach. Also 5 nach, 5 vor, 5 nach, 5 vor. Und bei 10 ist das halt 10 nach, 10 vor. Und bei 20 ist es 20 nach, 20 vor. Und dann werden die Bilder dementsprechend an- oder ausgeschaltet, wie bei den anderen Scripten. So, bei den Stunden wird es jetzt etwas komplizierter und da muss ich selber schauen, dass ich jetzt hier am Ball bleibe. Fahren wir gleich mit dem schwierigsten an, mit der 1, denn es gibt ja 1 Uhr und halb 1. Das heißt, wir müssen zwei Bilder mit der 1 darstellen, wie gerade gesagt. Und alle fünf Minuten prüfen wir ab, ob die Stunde 0 ist oder die Stunde 1 ist. Denn wir haben ja auch 0.30 Uhr, das ist halb 1. Und wir haben jetzt 10 nach 1. Das ist 1.10 Uhr. Und wir haben 0.30 Uhr, da ist es halb 1. Und jeweils brauchen wir den Datenpunkt mit der 1. Also gibt es hier die Unterscheidung. Wir haben hier den Oder-Block, wir haben einmal den Bereich und einmal den Bereich. Und dazu die Minuten, die passen. Das haben wir natürlich hier im Excel eruieren können, was wir da brauchen. Und ich empfehle jedem, das sich hier gut anzuschauen. Das ist einfach gut nachvollziehbar, wie ich die Skripte aufgebaut habe. Und deswegen fangen wir, wie gesagt, mit dem schwierigsten an. Die anderen Zahlen sind redundant. Das ist immer das Gleiche. Nur bei der 1 unterscheidet sich das. Also wenn ihr euch das hier nochmal genau anschaut, werdet ihr das nachvollziehen können, in welchem Rhythmus hier abgefragt wird. Und bei 1 Uhr muss natürlich die aktuelle Stunde 1 oder 13 sein. Und die Minute muss bei 0 sein. Und dann steht in der Service auch 1 Uhr und nicht 1. Hier, da ist einmal das Bild mit dem S hinten dran und einmal das Bild nur mit dem 1. Und je nachdem, was das Skript jetzt abgefragt wird, steht dann entweder nur 1 Uhr oder es ist 5 nach 1. Und die anderen Zahlenwerte sind jetzt, wie gesagt, redundant. Das ist immer das Gleiche. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr einmal den Block abfragt, der für 1.30 Uhr, also halb 2, spricht. Und für die Momente 5, 10, 20 nach 2. Damit ihr dann die richtige Kontextlösung im Text habt. Und einfach nur hier aufpassen, hier aufpassen. Der Rest ist immer gleich. Und dann scrollen wir das jetzt mal schnell durch für die einzelnen Zahlen. Und dann werdet ihr sehen, dass es wirklich immer das Gleiche ist, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Lediglich diese Zahlen hier ändern sich. Und wenn ihr das dann soweit auch nachgebaut habt, dann funktioniert eigentlich schon alles. Und damit ich euch einen kleinen Eindruck zeigen kann, versuche ich mich anschließend da im Zeitraffer. Und dann sehen wir uns sicherlich beim nächsten Video.